Hi Leute, ein vielleicht letztes Mal. Willkommen zurück zu Apes Exoddorf und ich mach direkt weiter. Wir sind tot. Okay, ähm, haha, gut, vielleicht nicht ein so hektischer Start, das wär vielleicht besser. So, okay, ihr seht. Na, Moment. Wir... Okay, nein, ach scheiße, das war schon mal Dreck. Wir haben vier Minuten, es sind kommend, ja, die Kreissägen, sie gehen direkt los und... Jetzt geht die Action los. Irgendwie schade, dass das Spiel schon mal zu Ende sein wird. Und jetzt bin ich immerhin jetzt aber vier Videos und ganze vier Videos ungefähr schneller als beim letzten Mal. Das ist erstaunlich. Ja, warte Sekunde. Ach scheiße. Na gut, jetzt kommt der da nicht ran. Yay. Wow, okay. Awesome, 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 awesome. Ja, ich kann das noch schaffen, ich bin nicht so schlecht dran. Yay. Bam. Ja, wir machen die, wie ihr seht, alles geht kaputt, alles geht zu Bruch, alles sterben. Und ich bin da oben. Yay. Drei Minuten. Und dein Helix liegt, der auch mit unglaublicher Geschwindigkeit auf mich zufliegt, aber das ist egal. Komm, wir springen. Lalala. Nein, ah, ducken. Okay, wow. Ähm, ich komm unten raus, ne? Ähm, ach, ich bin schon unten raus, okay. Wow, das war knapp. So. Hä? Habe ich schon jemanden vergessen? Ah, ja, natürlich. Ach, scheiße, fuck. Oh, ich glaube, ich war beim letzten Mal besser. Ah, ah. Fuck, ich bin schon voll im Zeitnachplan. Okay, ja. Jetzt ist besser, jetzt ist viel besser. Sehr schön, okay. Hi. Äh, nein. Entschuldigung. Mitkommen. Bleib du mal schön da stehen. Okay. Sehr gut. Jetzt komm mit. Ja. Ja, schnell, 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 schnell. Wunderschön, okay. Yay. Okay, und jetzt, ähm, muss ich, glaube ich, irgendwie hier rüberrennen, weil das war das letzte Mal ziemlich beschissen. Mitkommen. Jetzt. Okay, gut. Yay, hier ist der nämlich das letzte Mal gestorben. Und ja, ich brauche diesen Bodaken. Und, oh mein Gott, wird sich doch nicht immer wieder hin. Ach, nein, 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 nein. Ach, scheiße. Ja, das war nicht gut. Ja, das war nicht gut. Ah, haha. Es läuft gerade alles andere als gut. Es läuft gerade ziemlich beschissen und auch so. Aber egal, ich, ich, egal. Egal, wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's. Feine Stimmung bei Apes Exodus. Oder Todesstimmung bei Apes Exodus. Slicky Beggy, wirst du wohl mein Finale nicht versauen. Danke. Okay, gleich ist die Hälfte der Zeit schon um und wir sind im Eimer. Ähm, ja. Beziehungsweise, wir sind kaputt. Wobei, wenn die vier Minuten um sind, heißt's ja nicht, dass wir schon verloren werden, weil da tritt wieder das Gas aus und ihr wirst, ähm, das heißt nicht sofort tot. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Yay. Na, aufgehen und hi. Mitkommen. Okay, ich versuch einfach mal zu rennen. Klappt das? Ah, nein, 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 okay, schon gut. Okay, ich hab beide in den Tod gestürzt. Ich hab vergessen, dass das so läuft. Okay, komm einfach mit. Kumpel. Ähm, so, wie mach ich denn das jetzt? Moment, egal. Okay, ich hab's schon. Rennen. Wow, gut gemacht, mein Kumpel. Sehr gut gemacht. Ah. Toll. Toll, 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 toll. Mann. Idiot. Okay, er hat mich umgebracht, ähm, das verzeihen wir ihm nicht. Doch, wir müssen uns ihm verzeihen. Hallo, wirst du den Heimel beteiligen? Danke. Das müssen wir ihm ja mal verzeihen, allerdings. Da, ähm, ihr wisst schon. Sonst sterben wir, weil wir ihn brauchen. Okay. So, ähm, hi du, Entschuldigung. Für was auch immer. Ich entschuldige mich immer bei allen Modakas, denen ich nichts getan habe. Oh Gott, das war zu knapp. Okay. Ich glaub, ich bin schlecht in der Zeit, ich bin verdammt schlecht in der Zeit, aber egal. Egal. Okay, mitkommen. So, und jetzt muss ich mich gleich beeilen, weil gleich geht die scheiß Kreissäge los. Ähm. Ja. Okay, alle. Ja, alle. Das war schneller, 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 schnell, 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 schnell. Wah! Okay, und, schweiß geil, yay. Okay, das Schweste haben wir geschafft, Leute. Ich sag schon mal, wir haben's. Okay. Ah, die Zeit drängt trotzdem. Die Zeit drängt, die Zeit drängt. Hast du grad komisch gelacht, Ape? Na egal. Hey! Die einzige Kreatur, die dem widerstehen kann, Apes Shryskull Gestalt.